Danke, Grace. Herzlich willkommen zurück, Leute. Wir haben 10 Uhr. Die gute Grace hat Hunger. Ich musste schon mal eine Dose aufmachen. Ich hab grad mal geguckt, ob ich den von hier oben sehe. Hab der nämlich jetzt voll vergessen. Noch nicht so schlimm. Schmiede läuft. Ich mach gerade auch ein paar geschmiedete Eisen. Ich muss mal eben auf den Grill und so warten. Ich hab ein paar Fackeln gemacht und überall aufgehangen. So. Ach, ich hab hier noch eine Dose. Weg damit. Achso, hab ich schon da reingetan. Okay. Ich wollte ein bisschen was leveln hier, mein Werkzeug. Und. Achso, ich wollte mal gucken. Man kann ja hier sehen. Ein kleiner Augenblick. Ne, den wollte ich nicht gucken. Den wollte ich gucken. 87. So, mach mal eben. Hast du fertig. Sehr gut. Ich hab hier schon mal ein Loch gemacht. Ich wollte nämlich hier ein bisschen buddeln. Bum, bum. Gib mir das Fleisch. Schinkenspeck mir da, ja. Einmal. Und das. Und auch das Wasser bitte. So. Okay. Das wieder zurück. Ich werde da, glaube ich, ähm, Samen draus machen, dass ich die dann später einpflanzen kann. Ach, was, was mache ich denn? Ich suche die Steinachst. Und, ähm, eigentlich wollte ich hier das so machen. So. Okay. Du kannst, äh, essen, Grace. Jetzt verhungerst du gleich, also. Das wäre wieder schon. Ess das, Grace. Und noch einen, komm. Na. Das packen wir da rein. Oh, ja. Ich weiß, dass ich voll bin. Ich hatte... Da sind wir schon bei 100. B. Ach, das dauert ja noch. Na gut. So, mal gucken, wie viele Feilspitzen wir machen können. Ah ja, okay, das dürfte mal eine Menge sein. Jep, die machen wir direkt. Komplett. Die brauchen wir sowieso. Brauch's damit. Wo sind die Steinächste? Bevor ich mir jetzt dann, äh, mein Werkzeug aus dem geschmiedeten Eisen dann mache, muss ich das ein bisschen hochleveln, weil mit den 69 kommst du ja nicht wirklich weit. So. Das schmeißen wir auch alles raus. So. Kann da auch wieder rein. So. Ja. Ach, ich hab ja noch ein Eisen drin. Hoppala. Oh, hinter mir. Sieht ja aus. So sieht die Schaufel aus. Ja gut, damit kann man auch nicht viel machen. So, da haben wir auch schon fast die 100 erreicht. Ja. So, B. Na. So. Ähm. 23 Uhr. Ich bin mal gespannt, ob jetzt irgendwas in der Nacht passiert. Mal gucken mal her. Den Bogen kann man auch da reinschmeißen. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir machen uns einen neuen. Kommt, noch mal 10. Weg, 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 weg. Ich hab hier ja noch ein paar Punkte, die ich noch verteilen kann. So. So. Ja, das geht aber ratzifatzi jetzt hier. So. Nochmal. Komm. Komm. Kommt, E3. So. Ich mach schon wieder was rein. Oh, das dauert ja noch eine ganze Weile. Und für eine Federn habe ich hier. 46 habe ich noch welche reingetan. Ah ja. Tü-dü. Ach, guck mal hier. Kann man die auch da reinwerfen? Ich weiß das gar nicht. Hab ich hier noch? Das hab ich noch. So, mal gucken. Na, komm schon. Okay. So. Oh. Na, komm. Ich wusste es. Oh, das reicht erst mal. Okay. Na, komm. Steine, Echse. Ein paar müsst ihr noch machen. Wir gucken mal eben wegen der... wegen den Punkten. Sieht ja schon cool aus, oder? So. Wir haben 16 Punkte. Packen wir die denn rein. Einmal da. So. 6 Punkte noch. Ja. Weiß ich noch nicht. Muss ich gucken. So. Und jetzt schmissen wir wieder raus. Oh. Ich wollte, ähm... Holzflöcke. Noch mal welche machen. Ich glaub, ähm... 200er... sollten wir den Anfang erst mal ausreichen. Ei, ei, ei. So. Okay, okay, okay. Wie weit sind wir hier? Ah ja, okay. Das kann noch ein bisschen laufen. So. Wie weit ist das jetzt? Noch 7. So. Ich wollte ja mal gucken, was war denn da noch mal drin? Komm, das kann man doch auch zerlegen. Ach, nur ein Eisen gibt es. Okay. So. Die hier, bringt die nicht Glas auch? Ich werd die mal kaputt haben. Mal gucken, was passiert. Ah, aber... der Fernseher bringt auch noch Eisen. ein. Toll. Ah, wir haben's fast... fast geschafft. Ach, Gott sei Dank. Das ging jetzt aber doch... flotter, als ich dachte. Ach so. Machen wir erstmal mal... hier nochmal... zwölf. Zwölf ist okay. Oh. Oh. Ja gut. Ich will gucken. Zwei. Gut. Wie viel haben wir noch? Gibt's hier noch mehr Bilder? Nein. Nein. Okay. Papier. Okay, 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 okay. Das ist auch nochmal Papier. Hier läuft immer noch... Oh. 215. Gut. Oh. Ah, schmeißen wir da auch rein. Komm. Beeil dich. So. So. Wie weit sind wir hier? Noch zwei Minuten. Jo. Okay. Raus. Raus. Den packen wir rein. So. Ein paar Knüppel. Wie weit waren wir da? Vielleicht jetzt nicht. Das dauert auch noch ein bisschen. So. Das wieder da rein. Und das da rein. Die fackeln. Aber es war da rein. Ja. Ja. Das nächste Gläser. Ups. Mir hat das Loch reingefallen. Okay. Mhm. Ich muss mal gucken, wie viel Glas wir jetzt haben. 20. Okay. Kann ich noch zwei Glaskrüge machen? Na. Beschmeldes Eisen. Brauchen die nochmal? Ja, kommt. Komm. Nein, nein, nein. Machen wir hier. Die noch. So, dann haben wir den auch fast auf 200. Das ist doch mal was. Finde ich finde es immer schöner, wenn die nicht mehr dieses hessische Orange haben, sondern halt dann gelb sind und ja. Achso, das kann dann auch raus. Na. Und schon mal ein Knochen raus. Ja. So, dann kann ich jetzt anfangen. Das, das, das und ich möchte gerne ein Stacheldrahtknüppel. So, einen Bogen brauche ich noch, einen neuen. Achso, ja, ich bin ja. Warten wir noch eben, bis die Schaufel fertig ist, dann kann ich das. So, das müsste langsam fertig sein. Und ist aus. Okay. Ab in den Kühlschrank. Hier. Trinkt noch eben was. 67 Prozent. Noch eine. Okay. Na. Gib mir die Hälfte. So. War aber schon ganz gut. hier an Gläsern gesammelt. Ich kann auch noch eine Klinge anfertigen lassen. Oh, direkt 200. Das ist ja schöne, gerade Zahl. So. Wo haben wir die Eisenpfeile? So. Okidoki. Dann kann ich ja anfangen mit Schaufeln. Ah, ja gut. Ist egal. Da oder da. Warscht. hab ich jetzt die die Fackeln hab ich, glaub ich, rausgetan, ne? Ich wollte ja mitnehmen. Es wird dann doch natürlich dunkel sein. buddeln wir uns ein Loch. Los geht's. Vor allen Dingen, wenn wir auch irgendwann mal Eisen und so auch, ähm, einsammeln, schürfen, wie sich das nennt. Ne, jetzt nochmal Gold. Gold schürfen, ne? Keine Ahnung. Gut. Mein Gott, ist das dunkel. Ne, ich mach da mal eben ein Loch rein, damit ich die Fackel da reinpacken kann. Zack. Gut. Ich hab elf Fertigkeitspunkte. Sehr gut. Mal gucken, wie lange es da hat, bis wir auf Stein treffen. Das sieht schon so aus. Ja. Ich würde dann immer noch hüpfen, also. Ich weiß nicht, was er da genau vorhat, aber. Äh. Was? Okay. Ich finde da einfach im Nix, also. Gut. Muss man jetzt nicht verstehen. So, ein bisschen Eisen sammeln wir. Wir brauchen dann den Stein auch und vier Eisen. Mal gucken. Und wir sind nicht untätig in der Nacht. Also, tun wir wenigstens irgendwas. Das kann nicht schaden. Wir sind sicher, also, falls uns irgendjemand hört, wenn sie versuchen, hier reinzukommen, rennen sie erstmal in meine Zweiks. Können sie gerne machen. Bum, ba-dum, ba-dum. Ich habe sowieso gedacht, ich möchte gerne eine Basis im Untergrund haben. Oh, Grace ist schon wieder außer Atem. Ähm, mit, ähm, mit, ähm, auch eine Falle, die ein bisschen tiefer gelegen ist, wo ich so drum herumlaufen kann. Und, ähm, zum einen würden die Zombies Fallschaden auf jeden Fall bekommen. Also, die sterben nicht davon, wenn die jetzt eben runterfallen. Die verletzten sich halt, die sind schon mal vorgeschädigt. Und, ähm, zum anderen sind wir auch etwas geschützter und kommen auch an den Loot auch dran. Also, das, ähm, das ist schon etwas, was ich sehr, sehr wichtig finde. Wir haben ja teilweise auch ganz tolle Sachen immer dabei. Naja, komm. Ach, ich wünschte, ich hätte jetzt ein Bier da. Dann, ein Bier, ach, Kaffee habe ich doch. Ich habe doch Kaffee. Bier und Kaffee haben beide, ähm, die Wirkung, dass die Regenerationszeit der Ausdauer sich ein wenig beschleunigt. Wo habe ich es? Hatte ich hier keinen Kaffee? Doch, da. Weiß ich doch. Wasser habe ich. Weiß nicht, wie lange braucht Kaffee. Drei, was wollen. Hätte ich gar nicht so viel reinmachen brauchen. Und dann kann man ein bisschen länger arbeiten und man ist hier so schnell aus der Puste. So. Zack, zack, runter, Grace. Ich finde das so schade, dass man auf der PS4 kein Hopfen oder sowas anpflanzen kann, um das Bier selber herzustellen. Oder hier, diese Kaffeepflanzen da. keine Ahnung, wie die sich da schimpfen. Ähm, ups, das fände ich nämlich schon praktisch, wenn man das selber anbauen könnte. Das wäre schon schön. So bin ich jetzt gezwungen, das auf jeden Fall zu finden. Also fertiges Bier oder halt die Kaffeebohne. Viertel vor zwei. Jetzt ist es ruhig, bis auf den Hüpfenden, der da unheimlich Spaß hat, irgendwie, keine Ahnung. Ja, der hüpft immer noch. Ich weiß nicht, wo der versucht, drauf zu hüpfen. Wahrscheinlich auf irgendeinen Stein oder einen Baum oder so. Ich mache mir noch mal ein paar Rahmen. Ich weiß nämlich gar nicht. Ups, nicht Leiter. Rahmen. Obwohl Leitern könnte ich auch noch. Ich weiß nämlich nicht, wie tief ich jetzt hier kommen oder wie tief ich jetzt hier mich rein würde. Dann würde ich ja wieder rauskommen. Ich würde auch sagen, für den nächsten Tag nehmen wir uns vor, mal ein bisschen wandern zu gehen. Mal zu gucken, was wir so an neuen tollen Sachen finden. Ich hätte nämlich schon ganz gerne eine Armbrust. Die ist ein bisschen stärker als dieser Bogen. Ich sollte hier mal wieder ein bisschen... Ja. Ja, genau. Ich muss das doch nicht erst mal hier unten wegkauen. Ne, funktioniert das hier jetzt gerade nicht. bin ich... Wo gucke ich überhaupt hin jetzt hier? Das ist der Boden. Da sieht hier alles gleich aus. Come, Gracie. Go, Gracie. Go, Gracie. Ich weiß, wenn da ein Loch drin ist. Was? Was? Oh. Ah, da muss ich aufpassen. Das habe ich schon mal gehabt. Und dann bin ich rausgeglitscht und... ja, nee, nee, ich... nee, nee, das will ich nicht. Das mache ich mal zu. Und dann stand ich nämlich draußen plötzlich. nee, da habe ich keinen Bock drauf. Jetzt in der Nacht? Hm. 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 Ich weiß nicht, warum das hier manchmal so passiert, dass ich dann da so ein Loch da draußen habe. Ich weiß auch gar nicht. Könnte ein Zombies auch reinkommen, wenn ich da rausglitschen kann. Keine Ahnung, ich... ich... mach das mal zu hier, ja? Das ist mir dann doch ein bisschen... ein bisschen zu gefährlich. So. Wahrscheinlich lande ich dann auch noch im Wasser und ertrink direkt. Ich meine, wenn man im Dunkeln nicht sieht, wo oben oder unten ist. So. Ach, der Kaffee hat auch schon nachgelassen, die Wirkung davon zumindest. So, 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 so. Hat aber nicht viel Eisen gebracht, oder? Aber Stein, gut. Stein könnte ich auch da oben reinschmeißen, dann kann man das dann später zu Zement, ähm, ja, schmelzen. Wird das dann geschmolzen? Ja, ich glaube schon, oder? mal raus, dann kann ich das mal eben reinschmeißen. Hopp. Oh, das ist doch schon ziemlich tief. Was? Wie ist denn jetzt? Achso. Ist einfach nur hängen geblieben, okay. So, Graciechen. Eisen da rein. Okay. So, ich werde noch ein bisschen weiter buddeln. Und, äh, würde dann sagen, dass wir uns dann wieder sehen, wenn der Tag angebrochen ist. Und, ähm, dann gehen wir mal so ein bisschen auf die Suche nach neuen tollen Sachen. und hoffen, dass wir ein Rezept finden, um die Armbrust anzufertigen, die ein wenig stärker ist. Gut. Ähm, mach's gut bis dahin. Wir sehen uns. Ciao.